ja moin meister und herr flex ja das bin ich sie wollen sich stellen ja ich habe halt gefragt ob ich ja ob ich ein paar anzeigen offen ab und daher leitsteller hat gesagt ja wir fahren sie das bin ich jetzt hier geben sie mir einen ausweis noch mal bitte ja auf jeden ja dankeschön nun herr flex wir machen folgendermaßen weil sie sich selber stellen gebe ich ihnen immer hier eine kiste und dann legen sie schon mal ihre ganzen sachen rein bitte gebe ich ihnen schlüssel zu sekunde ich kann zugreifen gps karte kompass uhr nein dann können wir sie einmal so noch mal kurz rüber durchsuchen und dann passt wunderbar haben sie noch was dabei wird mich verletzen können nein alles klar und das passt soweit und die hosentaschen guckig noch mal da haben sie noch ein paar sachen dabei der verbandkasten habe ich noch dabei aber die funkt ja machen soll dabei ich habe ich voll vergessen und reifen die nehme ich ihnen ab ja das tut mir leid die habe ich halt komplett vergessen das gibt ein ticket von 150 dann ist das ding auch erledigt keine sorge so und dann haben wir das das muss hier rein und der hier wo die anderen sachen haben sie drin ja ihr fahrzeug haben sie abgeschlossen ja okay ich ihnen mal hier noch mal die hand fesseln ab so in die schloss hallo ah ja jetzt so bringen wir sie direkt ins prüsen herr flex aber ich wohnen das muss sie absitzen das werden die kollegen dann gleich sagen wird wesentlich auswendig entspannt dann dürfen wir immer anschauen und sogar vorne perfekt normal wer sich stellt kriegt sonderbehandlung dann stelle ich mich auch sofort immer ja ja wer auch besser gut dann haben wir stabilisieren marshals für streife 5 kommen ja check wir haben für sie dabei den herrn tupac flex haftantritt was genau da vorliegen wissen wir haben sie heute nichts besseres zu tun oder nö ich will jetzt endlich mal ein freier mann sein damit ich ein paar sachen ohne probleme klären kann ich meine dass wir ausgemacht haben dass wir am freitag sowieso in haft andere damen also das können wir auch direkt jetzt machen oder das klären sie dann mit dem marschluss wegen mir gerne das ist immer scheiße ich will was machen was und da muss ich immer denken ja ist das korps ja könnt ihr mich ficken dies das ist halt immer scheiße und welcher ist ein sauberer akt ab und dann habe ich ja keinen kopf weg das ist wohl war ja da kann man dann auch mal entspannte arbeiten fahren ohne immer zu denken nächste verkehrskontrolle bin ich am sack kann ich verstehen würde ich auch ab und zu mal hinter mir haben wollen gut aber endlich ist nicht mehr so kalt ne schnee will habe ich halt mehr gefühlt wenn ich ehrlich bin ja wesentlich aber nicht dauerhaft ich bin nicht umsonst in der karibik geflohen ja das stimmt auch wieder ich wollte es warm haben und die arktische kälte mit minus 21 grad teilweise aber ich finde so schnee hat halt sieht halt für uns mit weißen autos ist halt besser dann sieht halt besser aus nicht zumindest aber sie haben aufrechte das ist immer geschmackssache glaube ich ja ja was denn hier los bt versammlung scheinen wohl was zu klären zu haben scheinen wohl was zu klären zu haben ja hoffen wir mal dass es nicht in der schießerei endet ne schön wärs haben wir aktuell nicht die einheiten für ja es ist sehr viele anrufe und sehr wenig einheiten gerade ist echt ein bisschen schwierig fühl dich fühl dich ist das torf kollegen immer deine waffe in die hand bitte okay dann einmal aussteigen bitte handfressen haben wir jetzt nicht gebraucht aber kooperativ kiste haben wir bei rechte braun man nicht wenn haft antritt rest ist euer ding kiste würde ich annehmen wirst du raus dann kann er so zusammen freund wir haben auch noch einen anderen weltweiten sommer ja sommer jan sommer aber drehen gut dass ich kiste da gebe ich dir noch mal ein schlüssel nämlich ohne alles weitere seht ihr in den akten wunderbar viel freude wir lassen uns raus ja hier